Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei HipHop für Pros. Diese Woche zeigen wir euch den Schritt Nummer zwei auf dem Weg zu unserer gemeinsamen Choreografie. Genau und weil wir da wieder ordentlich Beinarbeit dabei haben und uns dieses Mal aber auch viel mit den Armen bewegen, wärmen wir uns von Kopf bis Fuß auf. Und dafür gehen wir einmal in einen großen Ausfallschritt und ihr lehnt euch vorne auf das Knie und lasst die Hüfte wirklich tief zum Boden sinken. Da merkt ihr auch schon, dass eure Leiste gedehnt wird. Da bleibt ihr ein paar Sekunden. Ihr könnt euch auch durch die Pose durch bewegen und dann könnt ihr auf den Boden gehen mit einer Hand und die andere Hand streckt ihr zur Decke, so dass sich euer Rücken auch ein bisschen dehnen kann. Dabei bleibt die Hüfte am Boden und so könnt ihr ein paar Atemzüge warten. Kommt wieder auf das Knie zurück mit der Hand und von hier aus kann euer hinterer Fuß ein bisschen zu euch rutschen und ihr streckt beide Beine aus und lehnt euch nach unten aufs vordere Bein. Da merkt ihr in der Beinrückseite einen ordentlichen Zug. Da könnt ihr auch ein paar Sekunden warten und die Füße wieder zueinander stellen und hochrollen. Das ganze machen wir auch auf der anderen Seite. Großer Ausfallschritt. Lehnt euch nach vorne in die Hüfte, damit wir auch hier die Leiste öffnen. Ein paar Sekunden bleiben. Schön moderat, nicht zu doll, soll nicht wehtun. Ein Arm auf den Boden und den anderen an die Decke. Auch hier ein paar Sekunden bleiben und wir stützen uns wieder vorne auf dem Knie ab, strecken beide Beine und den hier die Beinrückseite. Wenn ihr hierfür ein paar Atemzüge geblieben seid, wieder die Füße schließen und Wirbel für Wirbel hochrollen. Weil wir auch die Arme dabei haben, kreisen wir ein paar Mal über die Schultern, damit die sich auch schön aufwärmen können. Können einmal die Richtung ändern und nach vorne kreisen. Genau, also mir ist warm. Wie sieht es bei dir aus? Okay. Und der zweite Teil der Choreografie geht so, das heißt Cross-Step und wir gehen einmal mit dem Bein zur Seite, kreuzen hinten, öffnen wieder und schließen. Das gleiche auch zur anderen Seite. Öffnen, hinten kreuzen, öffnen und schließen. 5, 6, 7, und öffnen, kreuzen, öffnen, schließen. Öffnen, kreuzen, öffnen, schließen. 5, 6, 7, nochmal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ihr erinnert euch, beim Hip-Hop sind wir immer ein bisschen in den Knien, damit wir einen festen Stand haben. Und das machen wir bei dem Schritt genauso. Das heißt, wir federn ein paar Mal und das nehmen wir mit in den nächsten Schritt. 6, 7, 8. Und seit, kreuz, seit, schließ, seit, kreuz, seit, schließ. Dabei benutzen wir auch unsere Arme. Und zwar geht dieser Arm hoch, den anderen strecken wir einfach von uns. Wechseln zur anderen Seite, wechseln nochmal zurück und verschränken die Arme. Als werdet ihr für eine Sekunde mal beleidigt. Und dann auf die andere Seite öffnen, wechseln, wechseln und beleidigt sein. Und das kombinieren wir jetzt einmal mit den Schritten und haben da das gleiche Bein mit dem gleichen Arm. Wir benutzen dieselbe Seite. Öffnen, beim Kreuzen wechseln die Arme. Öffnen, beleidigt schließen. Und öffnen, wechseln, öffnen, schließen. Das machen wir ein paar Mal in einem Kreislauf, damit ihr euch auch daran gewöhnen könnt. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist der Cross-Step. Und damit es gleich auch gut auf die Musik passt, wollen wir das einfach mal auf unser Lied tanzen. Wir machen es einmal so, dass wir nur den Cross-Step auf das Lied tanzen und dass wir danach, wenn ich nochmal einen zähle, beides kombinieren von letzter Woche. Und das von heute hängen wir direkt hinten dran. Auf geht's! Achtung! 5, 6, 7 und... Alles von vorne. 5, 6, 7 und... Und damit könntet ihr auch schon die zweite Episode von unserer Choreo. Sehr gut. Genau, wenn ihr wollt, schaut euch gerne nochmal das Video von letzter Woche an. Da zeigen wir nochmal den Schritt, den wir gerade kombiniert haben mit dem Schritt von dieser Woche. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche bei dem nächsten Schritt. Schaltet ein, wir freuen uns auf euch. Tschüss, ciao! Tschüss, ciao!